metal leute servus und willkommen ja jedenfalls ist die sache jetzt die auf die ich heute eingehen wollte auf twitter hat mich jemand angeschrieben ey pass mal auf schau dir mal den user an wir haben hier anscheinend einen user der hier rumfliegt hat level 100 ja und es stellt sich halt heraus dass der user hier anscheinend jemanden fokust und das schöne ist dass der user anscheinend meint zu glauben dass es ich bin und da ich mir persönlich da ich persönlich jetzt sagen muss dazu dass ich solche aktionen für absolut asozial halte das ist schon mal das erste muss ich auch dazu sagen dass ihr mich gar nicht killen könnt selbst wenn ihr es wollt weil fürs mitschreiben pve kein pvp und ich spiele und das sage ich euch jetzt tatsächlich ich spiele auf don morgo das heißt da könnt ihr mich von mir was suchen bis er schwarz werde da werdet ihr mich nicht finden und ihr wisst nicht welchen chai spiel ihr wisst dass ich ein druiden spiel ist aber auch schon alles ihr wisst keine klasse von mir ihr wisst keinen ihr wisst keine also ihr wisst keine rasse meine ich ihr wisst die klasse aber die rasse nicht ihr wisst ihr wisst nicht ob ich tank spiele ihr wisst nicht ob ich schaden spiele ihr wisst nicht ob ich heiler spiele kurzum ihr wisst eigentlich null von mir und da frage ich mich letzten endes warum macht ihr euch so einen auflust darüber bis dahin euer drache haut rein und tschö tschö also das video andere sachen kriege ich auch schnell hoch kurzum ihr wisst eigentlich null von mir ach so nicht vergessen der metal soll einen nicht spalten bis dahin euer drache und tschö auch 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017